Daneben, du Sepp! Ich treff die... Mauer. Aida, nein. Hat der dabei. 25 Schuss, Altmetall und Raketen. 5 Meter. 3-strahliges Mikro-Pursionszelle und hat der Geier nicht alles. 20 Schuss für mich und die Kampfrüstung von den Talonvögeln. Haben wir hier nochmal 69, 144, 5 Millimeter und 4 Splitterkern etlich. Entschuldigung! Bei Absicht. Ne, da kommen wir nicht durch. Habe ich den Helikopter auch abgeschossen. Ja, ja. 519. Diesmal speichere ich hier. Radioaktiv. Oh, Luftschutzkeller. Da waren wir aber auch schon drin, ne? Pümpel. Servus. Wieselchen mit 4 Kronkirchlich. Natürlich. Oh, ein Schlüssel. Schraubenschlüssel. Wenn ich es nicht besser... Wir waren hier noch gerne drin. Wir waren doch schon hier drin. Ein Metallhelm. Hier haben wir noch 10 Millimeter. Schnauze. Mit X. Mit X. Das müssen wir aufpassen. Weil... Warte mal. Hier liegt zum Beispiel noch ein Chat. Ja. Man kann hier... Von lauter Pümpel kann man sich... Kann man einiges übersehen. Noch ein Chat. Beschädigter Gartenzwerg. Dann haben wir hier Blutpaket, H-Klammer, Red X, 2x und Stimpack. Das Ding ist leer. Und hier drin... Nicht nur mal Mentats. Entschuldigung. Nichts. Hier liegt noch ein Stimpack. Und... Ein Metics. Und eine Schildblatt... Schildblattbrille oder so ähnlich. Motorradhandbremse. Ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Ob ich sie gebrauchen kann. Das wird sich zeigen. Hier liegt noch eine Brille. Ich dürfte mal bitten. Danke. Pümpel, 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 Pümpel. Was sollt der Gerümpel? Metics liegt hier noch. Ja. Gute Augen. Da oben liegen noch ein paar... Pümpel. Auf dem Gerümpel. Entschuldigung. Mein Fehler. Der beschädigte Gattenzwerg. Verpiss dich mal. Äh... Ja... Wir haben eigentlich alles. Ich sehe hier nichts mehr am Boden. Wir können weiter. Motorradtank. Benzintank. Okay. Hier vielleicht noch was? Hier liegt auch nichts mehr rum. Hier drüben. Hier. Ne, nur Carcola. Der hat ja noch eine Mini-Gun. Oder... Was anderes dabei. Ja, ich hab's gesehen. Wird der als leer angezeigt? Oder wird der als leer angezeigt? Und Hansi ist auch leer. Nicht nur oben in der Birne. Leer. 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 Haha. Alles leer. Ja. Hallo. Er hat dabei Dickgett Bling Laser. 48 Elektronen, Ladetal, Blutpaket und Skinback hat er auch. Es kokelt. So vor sich hin. Ah, hier liegt noch eine. Ödländer 32 Kaliber, 12 Schuss, 32 Pistole und Outfit. Eines umherziehenden. Die Motorrad Handbremse. Werden wir gleich wissen. Ob man sie gebrauchen kann oder nicht. Ein Auge. Es hat ein Auge darauf geworfen. Wir wollten ja nochmal bei Gott vorbeischauen, ne? Habe ich ganz vergessen. Ein Auge. Und es ist ein Auge. Wir wollen ja auch mal bei Gott hin. Ja? Wow! Alter Mann! Komm mit! Raketenwerfer und Gatlinglaser. Super Mutanten Überlord! Da schieße ich jetzt die Eier weg, ey. Ist mir egal. Kann ich nicht anvisieren, ne? Ist wurscht. Daneben auf den Schädel. Oh, guck mal! Die Talonvögel auch! Batsch! Batsch! Treffhäufchen Elend hier, oder was? Wo sind die, Gott sei Dank? Da ist er ja. Wie, sind die Talonvögel schon tot, oder? Wie hab ich das? Wo sind die eigentlich? Hier drüben! Ach, guck mal an! Es hat mich... ...gesehen! Jetzt wirst du runtergehen! Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Gleich werden sie dich zu Grabe tragen. Frag nicht nach Sonnenschein! Frag nicht nach Sonnenschein! ... Für dich scheint sowas nicht, du Schwein. Frag nicht nach Sonnenschein! ... Ich bin echt froh, dass es vorbei ist. Dem ist das Gesicht aus der Dingfallen. Raider. Munition auch dabei gehabt. Ohne Shotgun mit Sehen war trönlich. Alles leer. Ja, weil wir hier schon waren. Klar, natürlich. Die Mülltonne ist auch leer. Die haben wir letzten schon leergeräumt. Was? Wo? Ach, guck mal an. Ah! Talon, auch noch. Na komm doch, komm doch, komm, komm. Du Vogel. Du Armleuchter. Den treff ich nicht. Bullenknüppel. Der ist unter Wasser, den krieg ich einfach nicht. Das nützt dir nichts, du Zipfel. Den habe ich schön erwischt. Los jetzt, raus! Ja, ja, mach du mal. Ich hole mir die Arschlöcher oben. Was hängt denn da? Skinny Wearshop. Ach, guck mal einer an. Super Mutantenüberlord. Hier mit Raketenwerfer, aber keine Raketen bei. Oh, guck mal. Gatling. 49 Schuss, nicht dafür. Und der ist leer. Häufig ein Elend ist noch am Grakelen hier. Ja, es ist tot. Kann man sagen. Hallo, mein Freund, wie geht es dir? Ich kann mir da mal nicht hier die Bänder vom Hals schießen. Das ist unglaublich. Ah, ne, warte mal. Einmal nachladen, bitte. Jetzt kommen wir bitte bei den Mutanten vorbei. Warte mal ganz kurz. Warte, 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 warte mal ganz kurz. Die Hockeymaske. Ja, ja. Die Höllenfeuerrüstung. Die Offiziersmütze der Enklave. Die Uniform. Den Powerhelm. Powerhelm der Enklave. Die Powerrüstung. Powerrüstung der Enklave. Blasmeister. Blasmeister. Die Sadisten, die Paint-Stachel. Sadisten. Ach, schon wieder Sadisten. Es war's egal. Ich hab so viel von dem Zeug dabei. Wir können auch die Sadisten-Rüstung nehmen. Zum reparieren. Dann die Steppen-Rüstung. Hier. Scheiß auf die Rüstung. Und hier. Spannende. Westschaun. Vielen Dank.